Er wurde als Pianist aus den Trümmern berühmt. 2014 und 2015 ging die Bilder um die Welt, auf der ihn A.M. Ahmad mit seinem Klavier inmitten von Trümmern im syrischen Flüchtlingslager Jamuk spielte. Der studierte Musiker lebt inzwischen in Deutschland und sorgte als Schirmherr des diesjährigen Abrahamsfestes in Mahl für einen ganz besonderen Höhepunkt. Eigentlich sollte er zwei Konzerte vor Publikum spielen. Im Angesicht der steigenden Zahl von Infizierten entschied man sich jedoch dafür, stattdessen das Ganze im Internet zu übertragen. Hallo, mein Name ist Eiham Ahmad. Ich komme von Syrien. Ich wohne in 1988. Ich kann sprechen besser Englisch. Ich bin sehr sorry für das Wort. Ich komme aus Syrien und ich bin sehr froh, dass ich hier in Mahl in der Abraham-Festival bin und hier in der Abraham-Festival bin und hier in der Abraham-Festival bin. Ich denke, es ist einer der letzten Konzerte dieser Jahr, weil viele Konzerte verabschieden in der Monat 11. Ich bin sehr froh, dass es hier in Mahl in der Marl zu spielen. Ich bedanke mich, ich bedanke mich für alle. In seiner Musik spiegelt sich wieder, was er erleben musste. Wichtig ist ihm aber auch deutlich zu machen, dass Musik dazu beitragen kann, verschiedene Kulturen und Religionen zu verbinden. Musik hat viele Bedeutungen. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt für die Musik ist, dass es sich zu erreichen und zu verbinden mit den Menschen zu verbinden. Das ist sicher. Wenn man ein Musik hört, ein Musiker sagt, wie Helbert Grunemeyer in der Szene, und er sagt über die Musiker. Ich denke, es ist besser als politische Aussage. Und diese großen Musiker in der Welt, und auch hier in Deutschland, auch in Syrien, versuchen sie zu verbinden mit der Musik und Religion zu verbinden. Es gibt manchmal eine sehr Kraft für die Menschen, manchmal die Religion zu verbinden. die Menschen, manchmal, er ist Muslim, er ist Christian und er ist Jewish, vielleicht haben wir diese Grenze zwischen den Menschen, aber alle drei Religionen, sie sagen über die gleiche Liebe und Frieden, leben zusammen. Aber die Musik hat keine Grenze. Ich mag die Musik oder ich mag es nicht. Du wirst jemanden nicht töten, weil er hört Rock oder Jazz hört. Ich mag es nicht. Ich mag diese Artikel, diese Art und diese Art und diese Art. Musik ist einfach zu verstehen, weil sie nicht zu erklären müssen. Du musst nicht viele Worte haben, um die Musik zu erklären. Du spielst den Tune und der Tune sich selbst zu erklären. Das ausführliche Interview mit Ayman Ahmad seht ihr bei uns im Laufe der Woche. 3 4 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020